11. Als Niki eine Hand auf den Stuhl vor sich legte, um Halt zu finden, bewegte dieser sich auf seiner Drehachse zur Seite, sodass sie sich nur noch desorientierter fühlte. Sie hatte den Raum mit selbstsicheren Schritten betreten, um ihre Beförderung mit allem, was dazugehörte, entgegenzunehmen, doch nachdem sie die Schwelle überquert hatte, trieb sie plötzlich nur noch hilflos umher. 11. Emotionen brachen über sie herein, bereiteten ihr Übelkeit und ließen sie schwanken, sodass sie sich schließlich drehte wie eines der Autos, an dem sie auf dem Weg hierher vorbeigefahren war. Ohne Zugkraft und nach Kontrolle ringend taumelte sie auf den unvermeidbaren Zusammenstoß zu. 12. Detective Delong-Pree wollte ihre Dienstmarke. Niki zwang sich zur Konzentration und richtete sich auf, dann befolgte sie die Anweisung. Sein Dienstaufsichtsbehördenpartner Lovell stand mit ausgestreckter Hand auf der anderen Seite, Heath sah ihn nicht einmal an. Sie zog ihre SICK aus dem Holster und händigte sie ihm mit dem Griff voran aus, behielt den Blick dabei jedoch auf Zach Hamner gerichtet. 13. Worum geht es hier, Zach? 14. Es geht darum, dass sie vom Dienst suspendiert werden, solange sie unter offizieller Verwarnung stehen. War das deutlich genug? 15. Die Konsequenzen dieser Tatsache brachen mit einem Mal über Niki herein, und sie spürte, wie ihre Knie schwach wurden. 15. Eine Verwarnung? Wofür? 15. Zum einen dafür, dass sie sich an die Medien gewandt haben. Wenn sie ein Problem haben, dann reden sie mit uns. Sie gehen damit nicht zu jemandem, der nicht zur Familie gehört. 16. Ich habe nicht mit den Medien geredet. Schwachsinn. Gestern haben sie mich noch wegen Montrose Beerdigung angeschnauzt und damit gedroht, dass sie an die Öffentlichkeit gehen werden, wenn sie ihren Willen nicht bekommen, und dann ist das hier passiert. 17. Er hielt eine Ausgabe des Ledgers hoch, die mit Kommentaren in roter Tinte versehen war. 17. Das ist die Ausgabe des Commissioners. 18. Ich war aufgebracht. Ich habe die Beherrschung verloren. 19. Niki senkte ihre Stimme, um die Vernunft zu vermitteln, die er am Tag zuvor nicht an ihr gesehen hatte. 19. Aber es war eine leere Drohung. Ich hätte das niemals sagen dürfen. 20. Daran hätten sie gestern denken sollen. Sie haben dem Ruf dieses Dezernats geschadet, sich selbst blamiert, und sie haben sich eine einmalige Karrierechance ruiniert. 21. Glauben sie etwa, dass sie jetzt noch befördert werden? 22. Sie können von Glück reden, wenn sie nach dieser Sache noch als Politesse arbeiten dürfen. 23. Wie um Himmels Willen soll man ihnen eine Führungsposition anvertrauen, wenn man ihnen schon in grundlegenden Dingen nicht vertrauen kann? 24. Er ließ seine Worte sacken und sagte dann, 25. Hören Sie, es geht hier um die hohen Tiere. Ehrgeiz ist kein Schimpfwort. Aber niemals auf Kosten des Dezernats, Heat. Denn das Einzige, was hier nicht toleriert wird, ist Treulosigkeit. Sie haben uns verraten. 25. Ich habe das nicht getan. 26. Irgendjemand hat es aber getan. Haben Sie auch nur die geringste Ahnung, in was für Schwierigkeiten Sie uns damit gebracht haben? 27. Niki überlegte sorgfältig. Die Schuld auf Rook zu schieben, würde nicht viel bringen und die ganze Sache nur noch mehr wie ein abgekartetes Spiel erscheinen lassen. 28. Selbst Tam Schweider ging davon aus, dass Heat Rook benutzt hatte, um die Informationen an die Presse weiterzuleiten. 29. Der Hammer würde diesen Schluss ziehen, noch bevor sie den Satz beendet hatte, also wiederholte sie die Wahrheit. 29. Ich war es nicht. 30. Bleiben Sie ruhig dabei, Heat. Sie werden ja sehen, wie sehr es Sie tröstet, wenn Sie zu Hause sitzen. 30. Zack erhob sich, um zu gehen. 31. Aber ich bin mitten in einem Fall. 31. Jetzt nicht mehr. 31. Und damit verließ der Hammer den Raum zusammen mit den beiden Männern von der Dienstaufsichtsbehörde. 32. Niki war so benebelt und so in Gedanken versunken, dass sie durch den fallenden Schnee irrte und direkt am Streifenwagen des Pitbulls vorbeilief. 32. Harvey rief durch das Fahrerfenster nach ihr und benutzte dabei den Rang, den sie nicht länger besaß. 33. Sie drehte sich um, schwankte auf unsicheren Beinen, sodass sie das Gefühl hatte, keinen Alkoholtest bestehen zu können, und stieg in den Wagen. 34. Jetzt geht die Scheiße erst so richtig los, sagte er. 35. Hiet brauchte einen Moment, um zu erkennen, dass er sich auf den Schneesturm bezog. 35. Sie konnten mich vor lauter Schnee ja nicht mal sehen. 36. Er schaltete die Scheibenwischer ein. Sie schoben schwere, nasse Klumpen zur Seite, die beinahe festgefroren waren. Doch noch bevor sie sich zurückbewegten, war die Windschutzscheibe schon wieder vollkommen bedeckt. Das Wetter entwickelte sich genau wie ihr Leben. Es wurde einfach immer schlimmer. Niki wollte dort draußen sein. Sie wollte durch den Schnee wandern und verschwinden. 35. Wohin geht's? fragte er. 36. Zurück zu ihrem Team. Seine unschuldige Frage schleuderte ihr die Realität der neuen Umstände ins Gesicht. Niki Hiet hatte kein Team mehr. Sie wandte sich ab und beschäftigte sich eingehend damit, das beschlagene Beifahrerfenster freizuwischen, damit er nicht sehen konnte, wie sich die Tränen in ihren Augen sammelten. 36. Nach Hause, sagte sie. Fürs Erste. 37. Nach Hause. Ruke kam ihr entgegengelaufen und schlitterte auf seinen Socken durch den Flur, sobald sie die Tür öffnete. 37. Du wirst nicht glauben, was ich gerade erfahren habe. 38. Wenn er gewartet, vielleicht kurz durchgeatmet hätte, hätte er es gespürt, den Schmerz gesehen, einen Gang runtergeschaltet, seinen Kopf schiefgelegt und sie gefragt, was los war. Doch stattdessen wandte er ihr sofort den Rücken zu und eilte zu seinem Laptop auf ihrem Esstisch zurück, während er Siegerfäuste machte und »Ja!« grölte. 37. Niki bewegte sich hinter ihm in ihre Wohnung, ohne ihre eigenen Schritte zu hören oder zu spüren. Es fühlte sich an, als würde sie schweben oder als wäre sie vollkommen losgelöst. Vor seinem Macbook knisterte Ruke förmlich vor Energie. »Das hat mich die ganze Zeit nicht losgelassen. Ich hab mich daran erinnert, mal etwas über Lancer Standard gehört zu haben. Lancer Standard, Söldner für die Stars!« Er drehte sich zu ihr um und lachte, doch Heat erschreckte ihn, indem sie seinen Laptop mit einem heftigen Schlag zuklappte. »Warum hast du's getan?«, verlangte sie zu wissen. Er sah sie verwirrt an und runzelte die Stirn. »Äh, Nick?« »Du kannst aufhören, so zu tun, als wüsstest du von nichts. Tam Schweider hat es mir verraten.« Er wirkte immer noch verblüfft. »Tam? Du hast mit Tam geredet. Worüber?« Sie ging zur Küchentheke, kam zurück und hielt ihm die Ausgabe des Letchers vor die Nase. »Über das hier. Über den Artikel, der mir soeben eine Suspendierung eingebracht hat, weil meine Vorgesetzten denken, dass ich diese Informationen an die Presse weitergegeben habe.« »Oh mein Gott!« Rook sprang auf. »Die haben dich suspendiert?« Er machte einen Schritt auf sie zu. »Nicht!« Sie hielt beide Hände hoch, damit er nicht näher kam, und er verharrte. »Bleib ... bleib einfach weg von mir!« Sein Verstand raste, daher brauchte er ein paar Sekunden, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Als er schließlich verstand, was los war, marschierte sie bereits in die Küche. Er eilte ihr nach und holte sie ein, als sie gerade den Kühlschrank öffnete. »Du denkst wirklich, dass ich etwas damit zu tun hatte?« »Das musste ich nicht denken. Man hat es mir erzählt. Deine hüpfende Tschechin hat es mir verraten.« Sie hielt immer noch die Zeitung in der Hand und warf sie in seine Richtung. Reflexartig fing er sie auf. »Tam? Tam hat dir gesagt, dass ich ihre Quelle bin?« Rook erkannte, dass er immer noch den Letcher in der Hand hielt und warf die Zeitung ins Nebenzimmer. »Nie im Leben!« »Toll! Bezeichnest du mich jetzt auch noch als Lügnerin?« schnauzte Heath. »Nein, ich glaube dir. Ich verstehe nur nicht, warum sie das behaupten sollte.« Er schien zu merken, wie die Sache außer Kontrolle geriet und sagte, »Nicki, hör mir zu. Ich habe ihr diese Informationen nicht verraten.« »Ja, klar. Als ob du das jetzt zugeben würdest.« »Wie kannst du glauben, dass ich es war?« Heath griff am Sancer vorbei und nahm sich eine Flasche Pellegrino. Dieser Moment erforderte einen klaren Kopf. »Zum einen habe ich mir den Text mal genauer angesehen. Wie war das noch? Der Stil klang für dich zu sehr nach Klatschpresse? Tja, für mich klingt er stellenweise ziemlich nach Rook. Die Beerdigung als Problem, das nicht begraben werden kann, zu bezeichnen. Was noch? Oh, ein regelrechter Bullenkampf. Das klingt doch sehr nach dir, oder etwa nicht?« »Komm schon, ich...« Er hielt inne und sah aus, als hätte er etwas Scheußliches gegessen. »Also sind das deine Worte?« Sie stellte das Wasser zurück und holte den Wein heraus. »Irgendwie schon. Aber ich habe sie nie jemandem mitgeteilt. Das klingt nach Synchronicität. Das klingt nach Schwachsinn. Tam sagt, du hast ihr Notizen gemailt.« »Nein, habe ich nicht.« Niki deutete auf seinen Laptop auf dem Esstisch. »Und was hat es dann mit diesem geheimen Text auf sich, den du letztens geschrieben hast?« »Okay. Dann muss ich es wohl offenbaren. Ja, ich habe mir ein paar Notizen für einen Artikel gemacht, den ich über die Sache mit Montrose schreiben will.« »Du hast was?« »Siehst du, deswegen habe ich dir nichts davon erzählt. Ich war mir nicht sicher, was du nach dem Artikel, den ich über dich geschrieben habe, davon halten würdest.« »Rook, das ist sogar noch hinterhältiger. Du hast es vor mir geheim gehalten, weil du wusstest, dass ich dagegen sein würde?« »Nein, ja, aber ich wollte dir davon erzählen, irgendwann.« »Je mehr du redest, desto schlimmer wird es.« »Hör zu, ich bin Enthüllungsjournalist, und diese Sache ist eine berechtigte Story.« »Von der Tam Schweider behauptet, dass du sie ihr verraten hast.« »Das habe ich nicht.« »Was hast du ihr sonst noch verraten?« »Oh, jetzt wird mir klar, was hier vorgeht«, sagte er. »Das grünäugige Monster geht um.« Niki stellte die Flasche mit einem lauten Rums auf der Theke ab. »Verharmlose das, was ich durchmache, nicht, indem du mich in irgendeine klischeehafte Schublade steckst.« »Tut mir leid, das war unangemessen. Allerdings, jetzt bin ich mal dran.« Die angestauten Emotionen ihrer qualvollen Woche brachen aus ihr heraus. »Pack deine Sachen zusammen und verschwinde verdammt nochmal von hier!« »Niki, ich …« »Sofort!« Er zögerte und sagte, »ich dachte, du würdest mir vertrauen.« Doch sie stürmte bereits mit der Flasche in der Hand durch den Flur. Das Letzte, was Rook von Heath hörte, war, wie sie ihre Schlafzimmertür verschloss. Obwohl sie wusste, dass es keinen Grund dafür gab, stand Niki am nächsten Morgen um die übliche Zeit auf, duschte und zog sich für die Arbeit an. Während sie unter der Dusche stand, hinterließen Rayleigh und Ochoa ihr eine Nachricht, um ihr zwischen den Zeilen ihre Unterstützung zuzusichern. Genau wie alle anderen auf dem Revier wussten sie mittlerweile von ihrer Suspendierung und hatten eine ihrer berühmten Botschaften hinterlassen, die sie als Roach-Mail bezeichneten. »Hey, Detective, oder wie auch immer ich sie jetzt nennen soll,« sagte Ochoa. Rayleigh war in der anderen Leitung und sagte, »Hey, Partner, wie wär's mit ein wenig Feingefühl? Hi, hier sind Roach. Dürfen Sie auf der Strafbank Anrufe empfangen? Wie dem auch sei, Ihr schmutziger Kaffeebecher steht hier auf dem Revier immer noch im Spülbecken.« »Das stimmt,« bestätigte Ochoa. »Wenn Sie glauben, dass wir den für Sie spülen, dann träumen Sie weiter. Wenn Sie den Becher also wiederhaben wollen, na ja, dann wissen Sie ja, was Sie tun müssen. Bis bald.« Sie spielte mit dem Gedanken, zurückzurufen, doch stattdessen setzte sich Niki auf das Kissen in ihrem Erkerfenster und beobachtete, wie ein Team von der Stadtreinigung den Schnee von letzter Nacht von der Straße räumte. Auf diese Weise hatte sie etwas zu tun. Während sie dort saß, fragte sich Niki, ob sie ihre Handykamera bereithalten sollte, falls sich die Gelegenheit bot, aufzuzeichnen, wie ein städtischer Schneepflug den Kotflügel eines parkenden Autos abriss. Das könnte sie dann ins Internet stellen. Ja, klar, das würde ihr sicher dabei helfen, ihren Job wiederzubekommen. Ein öffentlich zugängliches Video, in dem die Stadtverwaltung schlecht dastand. Ihre Einsamkeit war alles andere als friedlich. Zack Hemners Anschuldigungen verfolgten sie selbst auf ihrem gemütlichen Sitzplatz im Erkerfenster. Er hatte sie als treulos bezeichnet. Sie tat das als unsinnig ab, fragte sich dann aber, ob es nicht doch stimmen könnte. War sie treulos gewesen? Niki hatte nichts Hinterlistiges getan, doch ihre objektive Seite, der Teil von ihr, der sich mitten in der Nacht Vorwürfe machte, wollte die Wunde wieder aufreißen. Also tat sie es. Heath fragte sich, ob sie anderen durch ihre Beziehung mit Rook Schaden zugefügt hatte. Sie hoffte nicht. Und dann war da noch der Ehrgeiz, den der Hammer ihr vorgeworfen hatte. So fragte sie sich immer wieder, ob sie nur deswegen so kühn gewesen war, Zack zu drohen, wegen der Sache mit der Beerdigung an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie das Gefühl gehabt hatte, einen berechtigten Anspruch auf ihren neuen Rang zu haben. Doch was sie am meisten quälte, war die Sache mit dem Vertrauen. Hemner hatte gesagt, man könne keine Führungsposition innehaben, wenn man nicht vertrauenswürdig sei. Niki kümmerte nicht, was diese Kakerlake von ihr dachte, doch ihre eigene Wahrnehmung nagte an ihr. Traute sie sich selbst eine Führungsposition zu? Das Klingeln ihres Telefons holte sie in die Gegenwart zurück, dem Display zufolge kam der Anruf aus dem Hauptquartier. Niki drückte so schnell auf die grüne Taste, dass ihr das Telefon aus der Hand rutschte, doch sie fing es auf, bevor es auf den Boden fallen konnte. »Hallo? Sind Sie noch dran?« »Niki Heath, hier spricht Phyllis Yarborough. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Sie unter Ihrer Privatnummer anrufe.« »Ach, das ist heute die so ziemlich einzige Möglichkeit, mich zu erreichen.« Heath bemühte sich, ihre Worte lässig klingen zu lassen und jeden Vorwurf aus ihnen herauszuhalten, als ob sie das alles ganz locker sehen würde. »Davon habe ich gehört,« erwiderte Yarborough. »Darf ich Ihnen ganz offen sagen, dass das beschissen ist?« Niki lachte, und obwohl der Anruf nicht so klang, als würde er ihre Begnadigung sein, wie sie gehofft hatte, freute sie sich darüber. »Huch, da werde ich Ihnen wohl kaum widersprechen. Ich will nur, dass Sie wissen, dass die Entscheidung nicht einstimmig war, sofern Sie sich das nicht bereits denken konnten. Es gab eine andersgesinnte Stimme, und Sie sprechen gerade mit ihr.« »Oh, das wusste ich nicht, aber ich danke Ihnen, das bedeutet mir sehr viel.« »Ich muss zugeben, dass ich ohnehin keine große Freundin des Hammers bin, und dieses Mal hat er seinem Ruf alle Ehre gemacht. Er berief das Treffen ein, schürte das Feuer und forderte die Zustimmung ein. Er war wie besessen.« Yarborough hielt inne. Niki vermutete, dass sie nun an der Reihe war. »Ich muss zugeben, dass ich verstehe, dass Zack diese Sache als Beleidigung aufgefasst hat. Immerhin habe ich ihm wegen der Beerdigung des Captains ganz schön zugesetzt.« »Oje, der Ärmste. Der soll sich mal lieber ein paar Eier wachsen lassen. Ich sage Ihnen was, Niki. Ich bin nicht nur davon überzeugt, dass Sie nicht diejenige sind, die diese Informationen an die Presse weitergegeben hat, sondern glaube außerdem, dass es hierbei allein um Politik geht. Zack und sein Netzwerk aus menschlichen Wieseln hatten kein Problem damit, als ich Interesse daran zeigte, sie für mein Team im Echtzeitverbrechenszentrum zu gewinnen. Aber nach Captain Montrows Tod ändert sich die Umstände plötzlich. Sie senkte ihre Stimme und fügte hinzu. »Das tut mir übrigens sehr leid. Ich weiß, dass es ein schwerer Verlust für Sie ist.« »Danke.« Nickis Neugier war geweckt. »Und was führte Ihrer Meinung nach zu dieser Änderung?« »Wenn meine Kandidatin – und damit sind Sie gemeint, meine Liebe – befördert wird, um Montrows zu ersetzen, schwächt das Ihren Einfluss.« »Sehen Sie doch nur, wem Sie die Stelle gegeben haben. Der Mann ist eine Witzfigur. Die wollen keinen Revierleiter, die wollen eine Marionette.« »Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich für mich eingesetzt haben.« »Aber wenn man das Ergebnis bedenkt, habe ich Ihnen wohl keinen Gefallen getan.« »Ich denke, auf Streife zu gehen, ist sicherer, als im Hauptquartier zu arbeiten,« meinte Nicky. »Die Politik ist eben ein hässliches Spiel.« »Und vor allem eins, das ich nicht spielen möchte, vielen Dank auch,« sagte Heath. »Dafür habe ich nicht meinen Eid geschworen.« »Und genau aus diesem Grund rufe ich an,« sagte Yarborough. »Da Sie anderen nicht gerne in den Rücken fallen, wollte ich Sie wissen lassen, dass ich meine Augen für Sie offen halten werde. Ich kann nicht versprechen, dass es nicht noch weitere Überraschungen geben wird, aber vielleicht gelingt es mir, Sie abzuwehren oder Sie wenigstens vorzuwarnen.« »Wow, das ist sehr großzügig.« »Sie haben es sich verdient.« »Also, was haben Sie jetzt vor? Schauen Sie sich den ganzen Tag Telenovelas an? Legen Sie ein Sammelalbum an?« Als Nicky darauf nichts erwiderte, fuhr Yarborough fort. »Natürlich nicht. Sie sind Nicky Heath.« »Hören Sie, tun Sie, was Sie tun müssen. Aber wenn Sie irgendetwas brauchen, egal was, dann rufen Sie mich bitte an.« »Das werde ich,« versprach Heath. »Und Phyllis?« »Danke.« Etwa eine Stunde später raffte Heath sich auf. Ihr Exil in ihrer Wohnung ging ihr auf die Nerven, und es gelang ihr nicht, sich mit dem Fernsehprogramm von ihren nagenden Gedanken abzulenken. Doch selbst der Vorgang, sich ausgehfertig zu machen, stellte eine Konfrontation mit ihrer unglücklichen Situation dar. Aus Reflex griff sie nach ihrem Holster. Leer. Murmelte einen leisen Fluch und musste ihre Wohnung zum ersten Mal seit sehr langer Zeit unbewaffnet verlassen. Die beste Möglichkeit, während einer Schneephase in New York voranzukommen, war unterirdisch. Wie üblich nahm Niki eine U-Bahn an der Park Avenue South und fuhr damit bis zur Bleecker Street, wo sie in die U-Bahn nach Abtown umsteigen wollte. Während sie auf dem Bahnsteig wartete, vollführte sie das Ritual des Berufspendlers, indem sie sich alle 60 Sekunden an der Kante vorbeugte und den dunklen Tunnel nach den strahlenden Scheinwerfern des einfahrenden Zuges absuchte. Dadurch kam der Zug nicht schneller, aber wenigstens hatte sie so noch etwas anderes zu tun, als zwischen den schmutzigen Schienen nach vorbeihuschenden Ratten Ausschau zu halten. Niki machte ihren Scheinwerfer-Check, ihren Ratten-Check, und dann machte sie außerdem noch einen Bahnsteig-Check. Heute Morgen hatte vor ihrer Wohnung kein Streifenwagen gestanden, kein Pitbull, dem man einen knappen Gruß zunicken oder einen Kaffee bringen konnte. Mit dem Einziehen ihrer Marke hatten sie auch den Schutz abgezogen. Niki konnte keine Bedrohung entdecken, stieg in ihren Zug, um nach Abtown zum zwanzigsten Revier zu fahren, und schaffte es, sich ein wenig zu entspannen. Aber ihre inneren Dämonen quälten sie weiter. Sie war schon immer eine schnelle Denkerin gewesen, die die Ereignisse verlangsamen konnte und selbst unter enormem Druck mit den verrücktesten Ablenkungen zurechtkamen. Doch jetzt gelang es Niki einfach nicht, den Gedanken abzuschütteln, dass ihr gesamtes Leben innerhalb eines Augenblicks auf den Kopf gestellt worden war. Was zum Teufel war mit ihr los? Sie war stolz darauf, skeptisch, aber nicht paranoid zu sein, doch Hiet glaubte ernsthaft, dass sie von jemandem reingelegt worden war. Aber warum und von wem? Es schmerzte sie, dass ein paar hundert Worte in einer unbedeutenden Zeitung dafür sorgen konnten, dass sie ihren Job verlor. Dieser verdammte Artikel. Und Rook, das war der schlimmste Schmerz. Sie hatte Opfer für diesen Kerl gebracht, auf diesen Kerl gewartet, etwas für diesen Kerl empfunden, das über die gemeinsame Zeit im Schlafzimmer hinausging, oder wo immer sie sonst noch übereinander herfielen. Niki ließ sich nicht leichtfertig auf Männer ein, und dieser Verrat durch Rook war der Grund dafür. Hiet dachte über ihre Antwort bei der mündlichen Prüfung nach, bei der es um ihre größte Schwäche gegangen war, und gestand sich ein, dass diese Antwort nur ein Vorwand gewesen war. Ja, sie identifizierte sich voll und ganz mit ihrem Job, doch ihr größter Fehler bestand nicht darin, dass sie sich zu sehr auf ihre Karriere konzentrierte. Es war ihre Weigerung, verletzlich zu sein. Unbewaffnet, wie sie war, im wahrsten Sinne des Wortes, hatte sie sich auch auf emotionaler Ebene mit Rook eingelassen. Das war die Kugel, die sauber durch ihre Seele geschossen worden war. Was zum Teufel machte sie hier im Hauptraum? Die anderen fragten sie das nicht. Niki fragte es sich selbst. Als sie ihren Mantel angezogen und sich einen Weg über den schneebedeckten Bürgersteig gebahnt hatte, um von ihrer Wohnung zur U-Bahn-Station zu gelangen, hatte Niki beschlossen, dass sie ein paar Sachen von ihrem Schreibtisch brauchte. Da sie nicht wusste, wie lange diese Suspendierung dauern würde, oder ob sie vielleicht sogar dauerhaft war, musste sie noch einmal aufs Revier, denn dort befanden sich Materialien, die sie bei sich zu Hause haben wollte. Als sie die Stufen der U-Bahn-Station unter dem Naturkundemuseum hochstieg und in Richtung Columbus Avenue stapfte, hatte sie sich davon überzeugt, dass es beim Betreten des Hauptraums in erster Linie um Würde ging. Und um diesen schmutzigen Kaffeebecher, auf den Roach sie aufmerksam gemacht hatten. Doch der wahre Grund für ihren Besuch war, dass die Polizistin in ihr nach Informationen verlangte. Und was Niki herausfand, bestärkte ihren Verdacht bezüglich ihrer Suspendierung nur noch mehr. Gleich nachdem sie durch die Tür gekommen war, zogen Roach sie in eine stille Ecke. »Was haben Sie sich dabei gedacht?«, fragte Ochoa. »Ja, warum mussten Sie sich unbedingt jetzt suspendieren lassen?«, fügte Rayleigh hinzu. »Ihr Timing ist echt daneben.« »Sie sind uns nicht so wichtig«, sagte sein Partner. »Aber die Graff-Ermittlung steckt kopfüber im Straßengraben und alle vier Räder drehen sich sinnlos in der Luft.« »Muss ich fragen, warum?« Niki wusste dank ihrer Besprechung am Vortag Bescheid. »Wegen Iron Man«, sagte Ochoa. Heath wettete darauf, dass das ihr neuer Spitzname für Captain Irons war. Sie wettete außerdem darauf, dass sie nicht die Ersten waren, die ihm diesen Namen gegeben hatten. Er konzentriert sämtliche Ressourcen auf den Fall des toten Obdachlosen, obwohl sich die Sache als versehentliche Überdosis herausstellen wird. Dieser Fall ist in jeder Hinsicht tot.« Rayleigh nickte in Richtung des Mordfallbretts für den Graff-Fall, das nachlässig abgewischt worden war und leer in der Halterung hing. Lediglich die blassen Überreste der Wörter, die Niki mit ihren farbigen Stiften darauf geschrieben hatte, wiesen noch auf seinen ursprünglichen Zweck hin. »Das wirkt fast so, als würde es gelegen kommen«, meinte sie. Ochoa kicherte. »Wissen Sie noch, wie wir Ruke immer wegen seiner verrückten Verschwörungstheorien aufgezogen haben?« Heath nickte und verbarg den Schmerz, den die Erwähnung seines Namens ihr bereitete. »Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Rails und ich uns ausgedacht haben.« »Irgendwelche Antworten?« wollte Heath wissen. »Nur eine«, erwiderte Rayleigh. »Lassen Sie uns während Ihrer Auszeit wissen, was Sie brauchen.« »Während Ihrer Auszeit«, wiederholte Ochoa und betonte die Anführungszeichen. Die einzige Befriedigung, die sie aus der entmutigenden Nachricht ziehen konnte, dass die Ermittlung im Graff-Fall eingestellt worden war, bestand darin, dass Captain Irons Sharon Heinsberg angewiesen hatte, als Obdachlose verkleidet auf eine Undercover-Mission zu gehen, sodass sie die Nacht in der Fußgängerunterführung im Riverside Park verbringen musste. »Lass es schneien«, sagte Nicky. »Aus einer Laune heraus«, »ja, aus einer Laune heraus«, redete sie sich ein, lockte sich Heath in ihren Computer ein, damit sie sich einen PDF der hattelsten Mordakte ausdrucken konnte, desfalls in dem der damalige Detective Montrose im Jahr 2004 ermittelt hatte. Sie starrte ungläubig auf den Monitor. Ihr Passwort funktionierte nicht. Zugriff verweigert. Nicky rief die Problembehandlungsnummer der IT-Abteilung an. Nach einem kurzen Moment in der Warteschleife war der Mitarbeiter wieder in der Leitung und entschuldigte sich. Er teilte ihr mit, dass sie aufgrund ihrer neuen Einstufung derzeit nicht autorisiert sei, den NYPD-Server zu benutzen. Nachdem sie aufgelegt hatte, wurde Heath klar, wie falsch sie gelegen hatte. Sie war irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass es nicht möglich war, sich noch erschütterter und einsamer zu fühlen. Als sie auf die 82. Straße West hinaustrat, drehte sich Nicky herum, um sich dem eisigen Wind zu stellen, der vom Hatzen durch die Stadt herüberwehte. Doch sie wusste, dass es keine Rolle spielen würde, wie lange sie dort stand, denn der Wind würde nie genug Kälte mitbringen können, um sie zu betäuben. Sie wandte dem luftigen Getöse den Rücken zu und stapfte in Richtung U-Bahn los, um nach Hause zu fahren. »Lady! Lady!« war das Letzte, was Heath vor dem Zusammenprall hörte. Sie wirbelte in die Richtung herum, aus der der Ruf gekommen war, genau eine Viertelsekunde bevor der Lieferfahrer und sein Fahrrad gegen sie krachten und sie auf die Columbus Avenue stießen. Sie landeten in einem wilden Knäuel, Arme, Beine und ein Fahrrad, umgeben von zerrissenen Pappschachteln für Essenslieferungen, Brokkoli in Austernsoße, zerdrückten Wandtanz und einer Entenkeule. »Meine Lieferung ist ruiniert!« schimpfte er. Niki, die immer noch auf dem Boden lag und die Fahrradlenkstange vor dem Gesicht hatte, sah aus der Gosse zu ihm auf und erwiderte, »Sie sind in die falsche Richtung gefahren!« »Hey, Sie können mich mal, Lady!« kam es zurück. Er zerrte sein Rad von Niki herunter, raste davon und ließ sie und seine ruinierte Bestellung am Zebrastreifen neben der Avenue liegen. Während Heath beobachtete, wie die Stelle aus schmutzigem Schnee und Sand unter ihrem Gesicht von ihrem Blut rot gefärbt wurde, fragte sie sich für den Bruchteil einer Sekunde allen Ernstes, ob derjenige, der Montrose ermordet hatte, nun auch noch den verrückten Lieferjungen auf dem Fahrrad geschickt hatte, um sie ebenfalls zu töten. So war das wohl, wenn man erst mal damit angefangen hatte, sich Verschwörungstheorien auszudenken. Würde sie von jetzt an dauernd stehen bleiben, sich umschauen und sich fragen, wem auf dieser Welt sie noch vertrauen konnte?« Als Rook die Tür öffnete, war sein Ausdruck eine Mischung aus Schock und Wachsamkeit. Zuerst reagierte er auf das getrocknete Blut auf ihrem Gesicht, das sich wie Tentakel von der Stelle an ihrem Kopf ausgebreitet hatte, auf die Niki ein zerknülltes Taschentuch drückte. Dann überprüfte er aus Erfahrung den Flur, um sicherzugehen, dass sie nicht auf der Flucht war und verfolgt wurde. »Niki, um Himmels Willen, was ist passiert?« Sie marschierte an ihm vorbei durch den Eingangsbereich und in die Küche. Er verschloss die Tür und folgte ihr. Niki hielt eine Hand hoch. »Sei still und sagt nichts.« Er öffnete den Mund, schloss ihn dann aber wieder. »Ich bin eine hervorragende Polizistin. Ich war auf dem besten Weg, den Rang eines Lieutenants zu überspringen und gleich zum Käpt'n befördert zu werden. Ich stand kurz davor, das Kommando über das Revier zu erhalten. Und als Polizistin kenne ich mich mit Motiven aus. Und wenn ich dein Motiv dafür betrachte, die Informationen für diesen Artikel auszuplaudern, finde ich nichts. Es ergibt logisch gesehen keinerlei Sinn. Warum solltest du deine Notizen für eine Story, die du selbst schreiben willst, an jemand anders weitergeben? Für Sex? Bitte. Tam ist eindeutig viel zu bedürftig, um gut im Bett zu sein.« Er setzte zu einer Erwiderung an, doch sie sagte, »Sei still.« »Ohne Motiv weiß ich einfach nicht, warum du das hättest tun sollen. Also habe ich beschlossen, dir zu glauben.« »Ich will dir nicht nur glauben, ich muss es sogar. Denn was auch immer in diesem Fall vor sich geht, ist noch eine Nummer heftiger geworden. Und mit Ausnahme von dir gibt es niemanden, dem ich vertrauen kann. Alles bricht über mir zusammen. Ich bin ausgesperrt, und die Mordermittlung, für die ich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt habe, liegt nun im Müll, weil der stümperhafte Bürohengst, den sie als Ersatz für Captain Montrose geschickt haben, im Grunde genommen Inspektor Clouseau ist. Sagt nichts.« Also, als ich vor ein paar Minuten zitternd und blutend auf der Columbus Avenue Richtung Süden lag, nachdem ich einen recht dreister Geisterfahrer mit seinem Fahrrad umgehauen hatte und darüber nachgerübelte, wie tief ich gesunken war, dachte ich bei mir, »Nicki Heath, wirst du einfach so hier herumliegen?« Und so verlockend es auch sein mag, meine erzwungene Auszeit bei Starbucks zu vertrödeln und Angry Birds zu spielen, während ich darauf warte, dass jemand vom Hauptquartier anruft und sich entschuldigt, ist das keine Option. Ich bin zu stur und habe zu viel in diesen Fall investiert, um ihn jetzt einfach ungelöst liegen zu lassen. Doch, eine unbedeutende Formalität, ich bin nicht länger ein aktives Mitglied des NYPD. Ich habe keine Waffe, keine Marke, keinen Zugriff auf Akten und kein Team. Ach ja, und irgendjemand versucht, mich umzubringen. Also, was brauche ich? Ich brauche Hilfe. Um diese Ermittlung voranzutreiben, brauche ich einen Partner. Ich brauche jemanden mit Erfahrung, mit Mumm, jemanden mit den Ermittlerfähigkeiten eines Polizisten, der weiß, wie man mir nicht im Weg rumsteht und keine Angst davor hat, auch mal Überstunden zu machen. Und genau deswegen stehe ich hier in deiner Küche und blute auf deinen sonderangefertigten Schieferfußboden. Okay, jetzt darfst du wieder reden. Was sagst du dazu? Rook erwiderte nichts. Stattdessen drehte er sie sanft herum, damit sie einen Blick über die Küchentheke in sein Wohnzimmer werfen konnte. Und sie sah das Mordfallbrett, das Rook in seiner Wohnung rekonstruiert hatte. Nicht alles war vorhanden. Zum Beispiel gab es keine Fotos, aber die wichtigsten Elemente waren da. Die Zeitlinie, die Namen der Opfer und der Verdächtigen, die Hinweise, denen nachgegangen werden musste. Es benötigte eine ordentliche Aktualisierung, aber die Grundlagen stimmten. Heath drehte sich zu Rook um und sagte, »Und? Bist du interessiert oder nicht?« 12. Während sie auf dem heruntergeklappten Toilettendeckel in Rooks Hauptbadezimmer saß, beugte er sich über sie und zog vorsichtig ein paar Haarsträhnen beiseite, um die Wunde an ihrem Kopf untersuchen zu können. Niki starrte auf ihr blutverkrustetes Gesicht im Spiegel und sagte, »Das sieht viel schlimmer aus, als es ist. Oh, wenn ich doch nur für all die Male, die ich das schon in meinem Leben gesagt habe, einen Dollar bekommen hätte.« »Zu wem, Rook? Zu ahnungslosen Freundinnen, die dich mit jemand anders in einer Bar erwischt haben?« »Du besudelst mich mit deinen geschmacklosen Vermutungen.« Dann fügte er hinzu, »Für gewöhnlich war es das Schlafzimmer.« Er wandte sein Gesicht dem Spiegel zu, damit Niki sein stolzes Grinsen sehen konnte. Einmal sogar in einem Kleiderschrank. »Ach Gott, ich vermisse die Highschool!« Er ging zur Ablage und nahm die Schüssel mit warmem Seifenwasser, die er vorbereitet hatte. »Was denken Sie, Doktor? Muss die Wunde genäht werden?« Rook tunkte einen Wattebausch in die Flüssigkeit und tupfte sanft ihren Kopf ab. »Glücklicherweise handelt es sich hierbei eher um eine Abschürfung als um eine Platzwunde, daher muss wohl nichts genäht werden. Wann war deine letzte Tetanusimpfung?« »Vor kurzem«, sagte sie, »gleich nachdem mich dieser Serienmörder da drüben in deinem Esszimmer mit seinen Zahnarzt-Werkzeugen bearbeitet hat.« »Hm, wir haben schon so einiges erlebt, nicht wahr, Niki?« Zwanzig Minuten später erschien Heat geduscht und angezogen an seiner Küchentheke. Sie trug eine frische Bluse und eine Jeans, die noch in seinem Schrank gehangen hatten. »Verwandlung abgeschlossen,« verkündete sie. Er schob ihr einen doppelten Espresso zu. »Das war dein voller Ernst, oder? Wenn du umgehauen wirst, stehst du wirklich wieder auf.« »Sieh einfach zu.« »Ich muss schon sagen, du hast einen guten Anfang gemacht,« rief Niki, während sie sein Mordfallbrett betrachtete. Rook kam aus dem hinteren Flur seines Lofts und trug einen Milchbehälter aus Plastik voller Büromaterialien sowie eine Aluminiumstaffelei, um die riesige Präsentationstafel aufzustellen, die auf dem Besucherstuhl lag und darauf wartete, sich der Party anschließen zu dürfen. »Das meiste, worauf wir uns konzentrieren müssen, steht bereits hier.« »Gute Notizen sind die Freunde jedes Journalisten,« erwiderte er. »Allerdings fürchte ich, dass es nicht so ausgefeilt ist wie ein Niki-Heat-Mordfallbrett. Es ist eher sowas wie eine Zweigstellenausführung. Ich nenne es Mordfallbrett Süd.« »Es bietet momentan mehr als das auf dem Revier.« Sie erzählte ihm von Captain Irons und davon, wie seine Unfähigkeit dem Fall mehr geschadet hatte als die Hindernisse, die Montrose ihr in den Weg gelegt hatte, sodass die Ermittlung bezüglich der Ermordung des Priesters zu einem völligen Stillstand gekommen war. »Also sind wir jetzt mehr oder weniger allein für den Graff-Fall zuständig?« »Dann sollten wir besser Ergebnisse erzielen,« meinte Rook. Sie verbrachten die folgende Stunde damit, die alten Informationen mit den neuen Hinweisen zu aktualisieren und neue, für den Fall bedeutsame Personen hinzuzufügen. Rook behielt den Überblick über das Mordfallbrett und teilte es in verschiedene Bereiche für jeden wichtigen Hinweis auf, den es zu verfolgen galt. Außerdem strukturierte er die Zeitlinie neu, um kürzlich entdeckte Elemente hinzufügen zu können. Heath legte Karteikarten an, auf denen sie Einzelheiten über den Stand der Dinge ausführte und unbeantwortete Fragen auflistete, wobei sie darauf achtete, dass alles zu den Kategorien passte, die er auf dem Mordfallbrett festgehalten hatte. Jegliche Störung, die ihre Beziehung ins Chaos gestürzt hatte, wurde von ihrer Konzentration auf die aktuelle Aufgabe verdrängt. Von Anfang an verfielen sie ohne größere Umstände in eine leichte und effiziente Routine. Als das Mordfallbrett schließlich auf dem neuesten Stand und die Karteikarten mit Aktennummern versehen und einsortiert waren, traten sie ein paar Schritte zurück, um ihren Fortschritt zu bewundern. »Wir sind gar kein so schlechtes Team«, meinte Heath. »Das Beste«, stimmte Rook zu. »Wir beenden die Hinweise des Anderen.« »Hm. Nun wird man nicht übermütig, Schreiberling, denn jetzt kommt der schwierige Teil. Mit unseren begrenzten Ressourcen und Einsatzkräften können wir auf keinen Fall jedem Hinweis nachgehen und jede Person überprüfen, die auf diesem Mordfallbrett steht.« »Kein Problem«, sagte Rook. »Wir suchen uns einfach einen Verdächtigen aus und verhaften ihn. Das grenzt die Sache ein wenig ein. Oder noch besser, wir benutzen die Gaddafi-Methode und verhaften einfach alle.« »Damit sprichst du einen wichtigen Punkt an, den wir – und damit meine ich dich – nicht vergessen dürfen. Ich kann niemanden mehr verhaften. Erinnerst du dich? Ich habe weder eine Marke noch eine Waffe.« Er verarbeitete diese Informationen und sagte, »Wir brauchen keine dämlichen Marken. Und was die Waffe betrifft, was kann dir eine herumstreuende Mörderbande schon anhaben, solange du einen Eiszapfengriff bereit hast?« Niki hielt ihm einen Bleistift mit der Spitze zuerst entgegen. »Das solltest du niemals vergessen.« »Geht klar.« »Da wir nur zu zweit sind, müssen wir Prioritäten setzen.« Sie stellte die Präsentationstafel auf die Staffelei und riss das Deckblatt ab, um eine leere Seite zum Vorschein zu bringen. »Das hier sind meiner Meinung nach unsere Hauptziele.« Heath zog die Kappe von einem Stift und schrieb ihre Liste auf, wobei sie Rook für jeden Namen eine Begründung nannte. »Sergiot Torres.« »Wenn er nicht Graffs Mörder war, steht er irgendwie mit ihm in Verbindung. Und seine Fähigkeiten sind für sein Strafregister viel zu gut.« »Lawrence Hayes. Er hat nicht nur die Mittel und das Motiv, sondern hat Pater Graff auch bedroht.« »Was wolltest du mir gestern Abend eigentlich so Wichtiges über Lancer Standard erzählen, bevor ich dich zur Schnecke gemacht und hochkant rausgeworfen habe?« »Mir ist eingefallen, dass ich mal was Übles über Hayes Gruppe gehört habe. Also habe ich mich gestern mit einer meiner Quellen in Den Haag in Verbindung gesetzt, von der ich auch Informationen bekam, als ich einen Artikel über Slobodan Milosewitschs angeblichen Herzinfarkt schrieb, den er vor seiner Verurteilung erlitten haben soll. Treffer, sieh dir das an.« Er deutete auf den Bildschirm seines Laptops und zitierte, »Eine internationale Überwachungsorganisation für Menschenrechte reichte eine Klage ein, in der sie fordert, dass Lancer Standard vor den Weltgerichtshof gebracht wird. Der Firma werden diverse Vergehen ihrer Mitarbeiter im Irak und in Afghanistan vorgeworfen, darunter sexuelle Demütigung, Wasserfolter und – Achtung, jetzt kommt's – Folter mittels transkutaner elektrischer Nervenstimulation, auch bekannt als TENS.« Er sah zu ihr auf und sagte, »Und in welchem Zusammenhang haben wir davon schon mal gehört, Jungs und Mädchen?« »Gut gemacht«, lobte sie. »Das hat definitiv mein Interesse geweckt.« Heath fuhr mit ihrer Liste fort. »Horsten Müller. Unser deutscher Stripper hat Graf ebenfalls bedroht, und er hat aus irgendeinem Grund eine Kugel kassiert. Selbst wenn sie für mich gedacht war, will ich wissen, warum er vor uns weggelaufen ist.« »Alejandro Martinez. Das Geld, das wir auf dem Dachboden des Pfarrhauses gefunden haben, war sein schmutziges Drogengeld. Ich will wissen, warum.« »Justicia Aguarda. Eine militante Gruppe mit Revolutionshintergrund, und wir sollten nicht vergessen, dass Pater Graf in ihrer Gesellschaft zum letzten Mal lebend gesehen wurde.« »Emma. Ich weiß nicht, wer Emma ist, ich erhielt keine Gelegenheit, es herauszufinden, aber Graf hatte einen E-Mail-Ordner mit diesem Namen, dessen Inhalt gelöscht wurde. Deswegen kommt Emma auch auf meine Liste.« »Der Tätowierte. Ein Unbekannter, der zusammen mit der Mitbewohnerin der Domina auf dem Überwachungsvideo aus dem Pleasure-Bound aufgetaucht ist. Ein loses Ende, das ich nicht einfach so übergehen kann.« »Captain Montrose.« Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu betrachten. Zum einen stellt sein verdächtiges Verhalten vor seinem Tod eine Verbindung zu Graf dar. Was hatte er vor und warum? Und zum anderen wäre da sein angeblicher Selbstmord. Ich glaube nicht, dass es einer war. Sie steckte die Kappe auf den Stift und trat von der Staffelei zurück. »Hm, und das nennst du die Sache Eingrenzen?«, fragte Rook. »Hey, du weißt doch gar nicht, was ich alles weggelassen habe. Zum Beispiel bin ich, abgesehen von der Untersuchung der physischen Beweise, die die Spurensicherung durchführt, sehr an zwei einzelnen Socken im Pfarrhaus interessiert. Das verschreibungspflichtige Medikament in Pater Grafs Badezimmerschrank und die Bedeutung der verschwundenen Medaille des Heiligen Christophorus.« Sie schrieb »Rezept und »Heiliger Christophorus« auf das Mordfallbrett. Dann tippte sie sich mit der Kappe des Stifts gegen die Schläfe. »Tja, das ist eine Menge, womit wir anfangen können«, meinte Rook. »Gut gemacht.« »Du auch.« Und dann konnte sie sich eine kleine Spitze einfach nicht verkneifen. »Übrigens, Rook, ich werde doch nichts hiervon in der Zeitung wiederfinden, oder?« »Hey!« »Komm schon, bleib locker, ich hab doch nur Spaß gemacht.« Er warf ihr einen misstrauischen Blick zu. »Na ja«, gab sie zu, »wenigstens zum Teil.« Rook überlegte einen Moment und schnappte sich dann ihren Mantel vom Barhocker. »Wirfst du mich jetzt etwa raus?« Doch er holte auch seinen eigenen Mantel. »Nein, wir gehen beide raus.« »Wohin?«, wollte sie wissen. »Wir werden den Teil klären, der kein Spaß war.« Als sie mit dem Aufzug im Bürogebäude des Ledgers in Midtown nach oben fuhren, beharrte Heath darauf, dass dieser Ausflug nicht notwendig sei. »Sieh's doch einfach als Witz an und lass es gut sein. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dir vertraue.« »Tut mir leid. Ich kann erkennen, dass du mir immer noch nicht hundertprozentig glaubst. Ich will beides. Vertrauen und Glauben. Zu hundert Prozent.« Niki schüttelte den Kopf. »Hm. Ein Pulitzerpreis, was? Fürs Schreiben?« Der Aufzug ließ sie im sechsten Stock aussteigen, wo sich die Lokalabteilung befand. Dabei handelte es sich um eine hell erleuchtete, endlose Fläche voller Arbeitsnischen, in denen Männer und Frauen auf Computertastaturen herumtippten oder in Telefonheadsets sprachen oder beides. Abgesehen von der Tatsache, dass der Raum in etwa den Umfang eines halben Häuserblocks hatte, erinnerte Niki der hektische Lärm an den Hauptraum des zwanzigsten Reviers. Tam Schweider erschien am anderen Ende des Raums und schwenkte winkend beide Arme über dem Kopf, sobald sie die beiden entdeckte. Als sie sie an ihrer Eckarbeitsnische erreichten, zog sie sich das Headset vom Kopf, trellerte ein »Hi« und überfiel Rook mit einer gewaltigen Umarmung. Niki bereitete es gleichzeitig Vergnügen und Unbehagen, als sie sah, wie die hüpfende Tschechin während der Umarmung ihr rechtes Bein nach hinten knickte, wie es manche Filmsternchen taten, wenn sie die Moderatoren nächtlicher Talkshows begrüßten. Heat war erleichtert, dass sie nur einen einfachen Händedruck bekam, auch wenn es recht störend war zu sehen, wie Tam dabei Rook anstrahlte. »Ich war so aufgeregt, als ich hörte, dass ihr beide hier heraufkommen würdet. Worum geht es? Bitte sagt mir, dass ihr noch mehr Insiderinformationen für mich habt.« »Eigentlich sind wir wegen der anderen Insiderinformationen hier«, erwiderte Rook. »Niki, Detective Heat sagt, du hättest ihr erzählt, dass du sie von mir bekommen hast.« »Das stimmt«, bestätigte Tam. »Niki sah Rook an, zog eine Augenbraue hoch und wandte sich dann ab, um den Blick durch den geschäftigen Redaktionsraum schweifen zu lassen, während Rook sich wandte.« »Tja, ähm, das ist recht schwer vorstellbar«, sagte er, »da wir beide nie über irgendetwas davon geredet haben. Tatsächlich habe ich dir sogar ausdrücklich erklärt, dass ich dir damit nicht weiterhelfen kann, als du mich letztens deswegen angerufen hast, nicht wahr?« »Das stimmt«, gab die Reporterin zu, »das lenkte Heats Aufmerksamkeit wieder auf die Arbeitsnische.« »Wie konntest du dann behaupten, dass ich es war?« »Das ist ganz einfach.« Tam setzte sich auf ihren Stuhl und drehte sich zu ihrem Computer herum. Sie tippte kurz auf der Tastatur herum und ihr Drucker fing an, Seiten auszuspucken. Sie reichte Rook die erste. »Siehst du, das ist die E-Mail, die du mir geschickt hast.« Heat trat näher an ihn heran und sie lasen den Text gleichzeitig. Es handelte sich um eine E-Mail von Rook an Thames Adresse. In der Betreffzeile stand »Das zwanzigste Revier – Insiderwissen«. Was folgte, war eine komplette Seite voller Notizen, die Fakten über die Schwierigkeiten im Graffall sowie die umstrittenen Probleme bezüglich Käpt'n Montrose enthielten. Die nächsten drei Seiten wurden ausgedruckt, und Tam gab diese ebenfalls an Rook weiter. Er überflog sie lediglich, doch die letzten Absätze handelten von dem Konflikt um Montrose Beerdigung. Rook ließ die Blätter sinken und spürte Nickies Blick auf sich ruhen. »Es sieht viel schlimmer aus, als es ist«, sagte er. »Willst du wetten?«, erwiderte Heat. Magoo erwartete sie im Eingangsbereich des Lofts, als sie nach Tribeca zurückkamen. Rooks Computerguru schien noch im Collegealter zu sein, oder zumindest sehr nah dran. Er war birnenförmig, etwa einen Meter sechzig groß, und hatte eines dieser spärlichen Lockenbärtchen, bei dem kaum die ersten Ansätze eines Schnäuzers zu erkennen waren, sodass Nicky sich fragte, warum er sich überhaupt die Mühe machte, ihn wachsen zu lassen. Sein blasses, ernstes Gesicht verschwand förmlich hinter einer schwarzrandigen Brille mit unfassbar dicken Gläsern, die keinen Zweifel daran ließ, wie Don Rever zu seinem Spitznamen Mr. Magoo gekommen war. Die Frage, die ungestellt bleiben würde, war, warum er ihn behielt. »Du bist wohl so schnell gekommen, wie es ging, was?«, meinte Rook, als sein Berater seinen hartschaligen Ausrüstungsrollkoffer aufschnappen ließ und sich daran machte, seine Arbeitsutensilien auf dem Schreibtisch in Rooks Büro auszubreiten. »Wenn Sie das Batsignal an den Himmel werfen, muss ich reagieren.« Magoo zog Kabel und Diagnostikgeräte, kleine schwarze Kästchen mit Zählvorrichtungen aus seinem Koffer und legte sie neben Rooks Laptop. Während er alles anordnete, sah er von Zeit zu Zeit zu Heat auf und warf ihr einen Blick zu, der durch die dicken Brillengläser um ein Vielfaches vergrößert wurde. »Das ist ein hübscher Koffer«, kommentierte sie, da sie nicht wusste, was sie sonst sagen sollte. »Oh ja, das ist der Pelican-Schutzkoffer. Ich habe natürlich den mit der Schaumstoffgestützten Klappe und den gepolsterten Trennfächern genommen. Wie Sie sehen können, kann ich die Klettverschlussschlaufen verstellen und sie so praktisch jedem Inhalt anpassen.« Niki war sich ziemlich sicher, dass das für ihn gerade das Vorspiel war. Rook erzählte seinem persönlichen Nerd von der E-Mail, die Tam Schweider erhalten hatte, und zeigte ihm dann den Ausdruck. »Es geht darum, dass ich sie ihr nicht geschickt habe.« Er betonte das sowohl als Information für Magoo als auch als Wiederholung für Heat. »Ja«, schließt Magoo hervor. »Kommen Sie und sehen Sie sich das an.« Er und Niki stellten sich rechts und links hinter ihm, doch auf Rooks Laptop-Bildschirm befand sich ein einschüchternder Strang aus Codes und Befehlen, die für keinen der beiden Sinn ergaben. »Du wirst auf die verbale Kommunikation in menschlicher Sprache zurückgreifen müssen, mein Freund«, sagte Rook. »Okay, wie wär's mit … Alter, Sie wurden übernommen. Ist das verständlich genug?« »Hm, es wird schon wärmer.« »Also gut, noch mal für Laien. Sie kennen doch diese Werbespots im Fernsehen oder im Radio, in denen Ihnen ein RAS, ein Remote Access Service, angeboten wird, oder?« »Klar«, sagte Niki. »Man bezahlt eine Gebühr, und die richten es dann so ein, dass man von überall auf seinen Arbeitscomputer zugreifen kann. Das Angebot ist in erster Linie auf reisende Geschäftsleute ausgerichtet. Man kann von einem Laptop in seinem Hotelzimmer im Seder Rapid Holiday Inn auf seinen Bürocomputer in New York oder L.A. zugreifen, daran arbeiten und Daten übertragen. Meinen Sie das?« »Ganz genau. Im Grunde genommen handelt es sich um ein Zugangskonto, mit dem man jeden Computer, den man dafür bestimmt, tun lassen kann, was der andere Computer ihm befiehlt.« Er wandte sich von Heat ab und sah Rook an. »Jemand ist in ihren Laptop eingebrochen und hat dort sein eigenes RAS-Konto installiert.« »Ich wurde gehackt?« Rook richtete sich aus der gebeugten Position vor dem Schreibtisch auf und strahlte Nicky an. »Das ist wundervoll. Ich meine, das ist nicht so gut für meinen Computer, aber, oh Mann, was für eine tolle Neuigkeit. Und auch eine schlechte. Es ist kompliziert, ich halte jetzt besser den Mund.« Heat hatte andere Konsequenzen im Sinn. »Können Sie herausfinden, wer dieses RAS-Konto installiert hat?« »Nein, es ist vollkommen verschlüsselt. Wer auch immer es auf der Festplatte versteckt hat, kennt sich wirklich gut aus. Rook war vor kurzem im Ausland. Könnte es währenddessen passiert sein?« Magoo schüttelte den Kopf. »Meh, dieses Konto wurde erst vor ein paar Tagen installiert. War jemand in Ihrem Loft, oder haben Sie Ihren Laptop irgendwo unbeaufsichtigt herumstehen lassen?« »Nein, ich hatte ihn die ganze Zeit bei mir. Ich habe bei ihr zu Hause gearbeitet.« Heat und Rook hatten gleichzeitig denselben Gedanken und sprachen ihn aus. Das Wasser auf der Fensterbank im Badezimmer. Wer auch immer das war, ist nicht eingebrochen, um etwas zu stehlen. Er brach ein, um mich für seine üblen Zwecke zu benutzen. Äh, na ja, meinen Computer. Ach, ich fühle mich so ... missbraucht. »Hören Sie,« sagte Magoo, »ich könnte versuchen einzubrechen und herauszufinden, wer es war. Tatsächlich würde mir diese Herausforderung sogar sehr gefallen. Aber eins sollte Ihnen klar sein, wenn ich die Verschlüsselung knacke, könnte ich dadurch einen Alarm auslösen, der dem Täter verrät, dass er erwischt wurde. Wollen Sie, dass ich das tue?« »Nein«, sagte Niki, dann warnte sie sich an Rook. »Besorg dir einen neuen Computer.« Magoo verließ die Wohnung mit einem Scheck, der die Gebühr für seine Dienste sowie die Kosten für einen neuen, sauberen Laptop abdeckte, den er innerhalb einer Stunde vorbeibringen wollte. Sobald sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, sagte Niki, »Es tut mir so leid, dass ich an dir gezweifelt habe.« Rook zuckte leicht mit den Schultern. »Ich sehe es gar nicht so, dass du an mir gezweifelt hast. Für mich war es eher so, als hättest du Schwefelsäure über mich gegossen und meine Existenz als menschliches Wesen zerfetzt.« Sie lächelte. »Also sind wir jetzt quitt?« »Absolut.« Dann fügte er hinzu, »Och, verdammt, ich bin so schwach.« Sie rückte nah an ihn heran, legte ihre Arme um ihn und drückte ihre Hüften gegen seine. »Hey, ich mach's wieder gut.« »Verlass dich drauf.« »Später.« »Teufelin.« »An die Arbeit.« »Zu schade.« Heat fing mit ihrer Prioritätenliste auf der Präsentationstafel an. An erster Stelle stand Sergio Torres. Ihr mochten nicht die Möglichkeiten des NYPD zur Verfügung stehen, doch sie hatte die Ressourcen des FBI. Vor ein paar Monaten, als sie auf der Jagd nach einem Serienmörder aus Texas gewesen war, der sie in diesem Raum mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt hatte, war Niki mit dem Nationalen Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen in Quantico, Virginia, in Kontakt getreten. Während der Ermittlungen in diesem Fall hatte sie sich mit einigen der dortigen Analytiker angefreundet, und eine davon rief sie jetzt an. Das Schöne an einer beruflichen Freundschaft in der Strafverfolgung war, dass man wenig sagen musste, um das zu bekommen, was man wollte. Niki vermutete, dass das ein Überbleibsel des Mottos war, das man unter anderem John Wayne zuschrieb. »Beschwer dich nie! Erklär dich nie!« Heath sagte, sie arbeite allein an dem Fall und wolle einen Namen überprüfen, ohne sich ans NYPD zu wenden. »Darf ich fragen, welches Interesse Sie an dem Verdächtigen hegen?« fragte ihre Analytikerfreundin. »Er hat versucht, mich umzubringen, und ich habe ihn erledigt.« »Geben Sie mir alles, was Sie haben, Niki«, sagte sie sofort. »Wir werden diesen Mistkerl so gründlich überprüfen, dass Sie am Ende sogar seine Lieblingseissorte kennen werden.« Heath kämpfte angesichts dieser Geste gegen einen unerwartet aufkommenden Anfall von Rührung an, dankte der Analytikerin mit der für Polizisten typischen Untertreibung und sagte, sie sei an allem interessiert, was sie herausfinden könne. Da die Freundlichkeit anderer ihr gerade so gut weiter half, ging Niki auf ihrem Handy die Liste der letzten Anrufe durch und fand Phyllis Yarboroughs Nummer. »Ich möchte auf Ihr Angebot zurückkommen. Ich benötige einen Gefallen.« »Um was geht es?« »Um diesen Mann, der letztens im Central Park versucht hat, mich umzubringen. Sein Strafregister passt nicht zu seinen Fähigkeiten. Wenn es Sie in Anbetracht meiner derzeitigen Arbeitssituation nicht in eine ethische Zwickmühle bringt, würde ich Sie bitten, seinen Namen mal durch die Datenbank des Echtzeitverbrechenszentrums zu jagen und zu sehen, ob dabei irgendetwas herauskommt.« Genau wie ihr FBI-Kontakt in Quantico überlegte Phyllis gar nicht erst. »Buchstabieren Sie mir seinen Namen«, erwiderte sie. Rook saß bereits vor seinem neuen MacBook Air und sprang auf, sobald sie ihre Anrufe beendet hatte und in sein Büro kam. »Ich habe etwas sehr Interessantes über einen unserer Kandidaten herausgefunden«, sagte er. »Spuck's schon aus.« Niki nahm auf dem Besucherstuhl Platz und ließ sich in die weichen Kissen sinken. Sie verspürte neuen Optimismus und gestand sich ein, dass sie Gefallen an diesem neuen Arbeitsarrangement mit Rook fand. »Ich habe ein paar der Namen vom Mordfallbrett Süd bei Google und Bing eingegeben. Das ist zwar nicht unbedingt die altbewährte Philipp-Marlow-Methode der Verbrechensaufklärung, aber sie hat ihre Vorteile. Zum Beispiel kann ich dabei essen. Jedenfalls war ich gerade dabei, unsere Menschenrechtsaktivisten von Justicia Aguarda zu überprüfen. Milena Silva ist, wie sie behauptet hat, Anwältin. »Pascual Guzman hingegen. Willst du wissen, was er gemacht hat, bevor er Kolumbien verließ?« »Er war Dozent an der Universidad Nacional in Bogotá.« »Und was hat er dort unterrichtet?« Niki wagte eine Vermutung. »Marxistische Philosophie?« »Knapp daneben. Computerwissenschaften.« Rook setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und deutete auf seinen Bildschirm. »Doch Guzman verließ die Universität.« »Warum?« »Aus Protest, weil er behauptete, dass die Computerprogrammierung, an der er in seiner Fakultät arbeitete, von der Geheimpolizei verwendet wurde, um Regimekritiker auszuspionieren.« Rook stieß eine Faust in die Luft und stand auf. »Das ist es. Das ist der Kerl, der meinen Computer gehackt hat.« »Aber wieso?« »Okay.« Er kam hinter dem Schreibtisch hervor und fing an, auf- und abzulaufen. »Willst du meine Theorie hören?« Guzman und ein Kader aus Radikalen, die er hier in New York rekrutiert hat, begeistern sich ein wenig zu sehr für Gewalt, zumindest für den Geschmack ihres Freundes und Verbündeten, Pater Jerry Graff, der nichts gegen Protestmärsche einzuwenden hatte, wohl aber gegen das Blutvergießen, das darauf folgen würde. »Es kam zum Streit, und Graff musste verschwinden.« »Also ermordeten sie Graff, damit die Sache erledigt war.« »Doch nein, denn dann kam die clevere und hartnäckige Detective Nicky Heath, und sie sagten, Heath muss auch verschwinden.« »Sie versuchten, dich im Park aus dem Hinterhalt zu erwischen, haben dich aber gründlich unterschätzt, und als das nicht funktionierte, versuchten sie, dich auf andere Weise aus dem Weg zu räumen.« »An dem sie meinen Computer hackten, um dich in Schwierigkeiten mit dem Hauptquartier zu bringen, woraufhin du von dem Fall abgezogen wurdest.« »Peng.« »Wir sollten sie sofort verhaften,« meinte Nicky. Rooks Begeisterung verpuffte, und er sank auf der Schreibtischkante zusammen. »Na, wenn du das sagst, ist das so, als würdest du meine Theorie als verrückt und unbegründet bezeichnen.« Heath lächelte. »Ich weiß.« »Jetzt komm schon. Ergibt das etwa keinen Sinn?« »Teilweise. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Guzman ein Computerfachmann ist. Aber...« Sie hielt inne und wählte ihre nächsten Worte mit Bedacht, um ihn nicht zu verletzen. »Aber es basiert alles nur auf Vermutungen.« »Rook, hast du jemals darüber nachgedacht, Krimis zu schreiben?« »Nein«, sagte er, »ich bleibe lieber bei dem, was ich kann.« Sie planten ihre nächsten Schritte, als ihnen der Einfluss der heftigen Winterkälte ihren unmittelbaren Kurs aufzeichnete. In den Fernseh- und Radionachrichten ging es nur noch um die Eilmeldung von einem Kraftwerk auf der Eastside. Dort war einer der gewaltigen, knapp 30 Meter hohen Heizkessel explodiert, der sengend heißen Dampf durch die unterirdischen Rohrleitungen pumpte und so Lower Manhattan beheizte. Ein Mechaniker war verletzt worden, doch man ging davon aus, dass er überleben würde. Allerdings führte der Vorfall zu einer Dampfsperrung im gesamten Bereich, der von dem Kraftwerk versorgt wurde. Die spektakulären Aufnahmen, die der Nachrichten-Hubschrauber von der zerstörten Anlage machte, wurden auf einer Hälfte des Fernsehbildschirms gezeigt, während der Nachrichtensprecher in der anderen Hälfte eine Karte des betroffenen Gebiets zeigte, das für die nächsten zwei oder drei Tage ohne Dampf auskommen musste. »Sieh mal, meine Wohnung liegt genau in der Mitte dieser Zone«, sagte Nicky. »Oh Mann«, entfuhr es Rook, »da können einem die Bewohner der Gebäude, die keine eigenen Dampfkessel haben, weil ihre Vermieter zu geizig sind, einen anzuschaffen, echt leidtun, was?« Er kicherte und erkannte dann an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie in solch einem Gebäude wohnte. »Ist das dein Ernst?« »Ha, die Ironie gefällt mir. Nicky, no Heat. Und heute Nacht sollen wieder einmal Minustemperaturen herrschen. Lass uns ein paar deiner Klamotten und was ihr Frauen sonst noch so braucht herholen, damit du hierbleiben kannst. Du würdest alles ausnutzen, um mich dazu zu bringen, hier in wilder Ehe mit dir zu leben, oder?« Dampfausfall, Druckstoß, höhere Gewalt, da kann ich auch nichts machen. Im Eingangsbereich von Nickys Wohnhaus fühlte es sich bereits ein wenig kühl an, als sie eintraten. Die Fahrstuhltüren öffneten sich, und mehrere ihrer Nachbarn kamen mit Koffern und Reisetaschen heraus. Manche sagten, sie würden sich in Hotels auf der Upper West Side aufmachen, andere planten, bei Verwandten in Westchester County zu übernachten. Als Heat und Rook mit dem Aufzug nach oben fahren wollten, wurde in letzter Sekunde eine Hand durch den Türspalt geschoben, wodurch sie sich noch einmal öffnete. Es handelte sich um den Hausmeister des Gebäudes, ein gut gelaunter Pole namens Jersey. »Allo, Miss Nicky, und auch Ihnen hallo, Sir.« »Heute Nacht wird es kalt werden, Jersey«, sagte sie. »Oh, sehr kalt. Sie seien froh, Sie haben keine Goldfische«, meinte er. »Mrs. Nathan musste nehmen Goldfische mit nach Flushing. »Jedenfalls ich anhalten, Miss Nicky, um Ihnen zu sagen, alles geregelt. Ich habe den Mann von Kabelfirma reingelassen, damit der Kabelfernsehen reparieren kann.« Beinahe hätte sie sich aus Reflex bedankt, doch dann hielt sie abrupt inne. Nicky hatte keinen Handwerker von der Kabelfirma bestellt, um ihren Fernseher reparieren zu lassen. »Ist er jetzt oben in der Wohnung?« »Ich weiß nicht. Er ist vor einer Stunde hochgegangen.« Heath trat aus dem Fahrstuhl zurück in den Eingangsbereich, und Rook folgte ihr. »Lass uns die Treppe nehmen.« Während sie vorausging, knöpfte Nicky ihren Mantel auf und griff einmal mehr nach der Waffe, die nicht mehr da war.